Kieler an die Schütze noch nicht bei mir letzten da ist jetzt ein Pink von 804 Prozent der Stärkung der Stärkung der Stärkung der Stärkung der Stärkung da habe ich über 100 Stacheln jetzt hat man eigentlich die wo auch er hat mich schon er hat die besten Panik für uns nur herrlichen Prozent und zwar an die Kunsthummer ja ein Lübter was ich halbauf über die Lübe Prozent der reihe was ist los mit dir bei der Verkaufsichtung Prozent 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 jetzt muss ich mich verletzt soll das ist aber nicht so sieht gut aus dass du selber die Türen in die Fresse geschlagen rückwürdig auch schätzt Röhr Röhrer Aua! Du hast mich zweimal gehittet, Alter! Ja, weil du mir in meine Axt rein rennst. Sorry! Konnte ich doch nicht wissen, dass du da rumhandiert hast. Okay, dann nicht. Du kompensierst dann wieder. Wo bist du? Andi, guck mal! Hallo! Guck mal zum Schlafhaus! Dreht sich im Kreis! Andi! Aua! Siehst du mich? Warte, ich laufe. Hallo! Ich mach hier ein Fenster rein. Ey wehe, du schießt mich ab! Hol dir seinen Bogen raus, ey! Geht's noch? Wichser! Ich hab doch nur krummen wollen! Boah, Alter, das ist voll der Park. Guck mal, Andi! Zugbrücke! Hallo, bist du? Ich war da Zugbrücke! Guck! Wow! Ja, ich hab voll mein Springen, Alter! Weh, du knallst mich ab! Das ist aus, Alter! Ich pack den Pfeilbogen weg! Hilfe! Ich guck doch nur! Hilfe! Hilfe! Ich muss arbeiten! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Da draußen sind Hunde in unsere Fallen gerannt, glaube ich. Oh ja! Und wie? Oh mein Gott! Scheiß ich! Der Hund sitzt da in den Fallen und wackelt mit dem Kopf! Noch, Reiner! Zwei! Oh, die Shit haben die mich erschreckt! Oh nein! Simon, du musst neue Fallen machen! Das sind fünf! Fünf Hunde sind hier in den Fallen verendet, gerade eben! Alter, zieht euch das rein! Direkt! 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 Kann man das reichen, wenn diese Bisschen nicht fressen? Au! Ich wollte drüber springen, dann hat's gebackt! Ich hab' mich gefallen! Wo bist du? Wo denn? Hier unten! Direkt hinter der Mauer oder was? Äh, Ander Mauer! Wo bist du? Ich such dich! Ja, ich seh' dich! Wir verlaufen uns in unsere eigenen Festung! Ah, ne! Das ist nicht du! Das ist Simon, warte! Ich bin hier! Ich bin hier! Ah, hier bist du! Hallo! Hallo! So, hier, guck! Also, ja, wir müssen... Wir bleiben sehr viel länger auf den Fallen! Wir müssen auf jeden Fall zumindest fünf... Andi? Haha! Ja, ja! Nee! Volls nur falsch! Andi seufzt ab! Einfach so! Voll spontan! Haha! 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 Ist mir auch aufgefallen! Haha! Ich guck's mal Andi zu, wie er Holz wegschaufelt! Kommst du genau in dem Moment um die Ecke und sehen, somit er schaufelt! Oh! 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 Wie funktioniert das? Haha! So wie... So wie Barney, als er mit... Also mit nem Schraubenzieher an dem Nagel rumgehämmert hat! Haha! Das war so geil! Ich treff ihn nicht! Jetzt! Der andere lebt auch noch! Pass auf, der steht wieder auf! Wow! Oh! Oh nein! Was? Das war der Falsche! Oh! 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 Ich hab Simon getötet! Haha! Jesus! Haha! Hä? Why? Ja, weil... Ich hab daneben geschlagen! Da muss man echt aufpassen, wenn man zu zweit gegen einen Zombie kämpft, ey! Eigentlich hab ich komplett auf den Zombie geschlagen, aber plötzlich stand dran, Simon ist tot! Ich weiß nicht warum! Lack! Ja, keine Ahnung, ey! Ich versuche mal... Das hier... Die... Die... Den... Äh... Äh... Programm... Da... Zu verbessern! Ich kann den Stein schneller kaputt machen! Ich hab ne Rohrbombe! Einfach... Einfach wegsprengen! Ich weiß aber nicht, ob dann Steinteile auf dem Boden rumliegen! Ich weiß nicht, ob das funktioniert! Nur mal so! Klar! Hauptsache das Ding ist weg! Okay, mach mal! Gut, okay, dann... Dann spreng ich das Ding jetzt weg! Das will ich mit ansehen! Aber, äh... Ich weiß nicht, was für ein Rad... Ah! Ich weiß genug warum! Wow! Jetzt wissen wir's! Äh... Simon! Wieso? Hast du's schon gemacht? Ja, aber es hat nichts ausgemacht! Rein gar nichts! Nicht mal der Boden ist geschädigt! Äh... So, jetzt! Äh, da passiert überhaupt nix! Dann hol ich was stärkeres! Achtung! Ich setz die Bombe! Die ist noch nicht gezündet! Oh, Benzinfass! Okay! Darf ich zünden? Achtung! Ja, zünde! Also das ist... Außer ein paar... Außer ein paar verfluchten Grasbüscheln ist absolut nichts... Ich suche Zombies! Ich suche Zombies! Ich ruf sie alle! Und Aktenkopper! Oh, da... Das... Hallo! Ist da jemand drin? Hey, da! Ich hör ein! Zombie! Hallo! Die Tür geht nicht auf! Hier komm ich hier raus! Zombie! Oh! Oh! Simon, du bist das der hier so'n Kraft macht! Achso, ja! Ich hab das Loch gefunden! An die hat ein Loch gefunden! Oh! Sein Axt besser! Nochmal verbacktes Wasser! Zombie! Zombie! Du bist schon wieder zu Hause! Nach Hain! Ach du bist im Inho! Ich bin im Krankenhaus! Alles! Airdrop! Spiritus! Zombies! Und der Hain! Airdrop ist im Schneegebiet! Ich will nicht ins Schneegebiet! Ich will nicht ins Schneegebiet! Mach ich! Mach ich! Du brauchst noch menschliche Scheiße! Ja klar, Mann! Na komm her! Ja! Wo zum Henker bist du? So! Hier springe ich nicht runter, sonst bin ich tot! Wie komm ich hier runter? Ich bringe! Ich bringe! Ich bringe! Genau das wollte ich nicht! Ich wär dafür, dass wir noch ein paar Stühle mitnehmen, oder? Können wir drauf chillen? Ah! Ich hab leider keinen Platz im Ingental für Stühle! Ich wollte Andi, äh, Simon erschrecken! Stühle können wir auch selber! Ah! 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 Ähm, lol! Ich... Äh, Leute! Ich bin nicht ins Loch gefallen! Ich bin nicht in dieses Loch gefallen! Oh, das wär auch schon passiert! Ich bin... Ich hab keine Axt! Und mich hier raus! Ja, ja, komm! Wo denn? Ich bin in den, äh, Luftschacht runtergefallen! Nein, oder? Doch, und hier ist ne Tür! Ich meine, ich werde hier rauskommen, aber da ist ne Tür! Ist die aus Metall? Äh, nein, 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 nein! Äh, ja, die ist aus Metall oder so! Ich hab keine Axt mehr! Warte mal! Ausstelle keine Axt, du nimmst einfach die Spitzhacke! Ich hab auch keine Spitzhacke! Und? Okay, dann wollte ich... Hahaha! Hallo, Maro! Hallo, Andi! Ich weiß hier, welches! Ich hab zufälligerweise 26, 26 Tage zum Hof! Ja, scheiße, wir kriegen wir dich jetzt da raus! Ja, komm runter! Hier ist ne Tür! Aber ich brauch ne Axt! Komm einfach runtergesprungen! Das ist nicht tief! Du bist auf mir gelandet! So, einfach daran durch! Einfach erstmal klick! Ja, ist tatsächlich zu! Hahaha! Wer hofft mega! Wer hofft mega! Wer hofft mega peinlich! So! Oh, die war gar nicht zu! Mh! Der Maro sammelt das Zeug rein! Du kannst nicht! Andi! Der fliegt dir mal scheiße rum! Ich hab jetzt noch was zu essen! Ganz dringend, sonst sterb ich noch! Das wär's denn auch gewesen! Ich suche mal in einem Haus nach, was ich zu machen! Andi! Ich hab keinen Platz! Da ist ein Krankenhaus vollgestreckt! Ich muss jetzt die ganzen Jukas essen, die ich hier habe! Äh, Simon, wenn du schnell herkommst, kann ich die Jukas geben! Äh, was meinst du mit schnell? Ich bin grad in ein Haus! Ich bin grad in ein Haus eingebrochen! Was ist hier los? Ich kann grad nicht essen, bin allein! Guck dir das an! Oh mein Gott! Hahaha! Hahaha! What the fuck! Alles klar da draußen? Ich komm grad erst und alles geht schon hier voll ab! What the fuck! What the fuck! Was war das? Oh oh! Sie brechen durch! Da ist ein Fetty! Aua! Äh! 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 Ich hab keine... Äh! Ich hab keine Wurst! Die laufen mir da voll... Vorm Dings rum! Wass du das Leon? Nee, ich hab's daneben geschossen! Oh, war ich das?! Hab ich dir grad den Kopf weggeballert? Im Rennen?! Oh, da krabbelt... Ne, ist das ein Spinnensombie! Daneben! Oh, nice! Irgendwer hat mich richtig... Oh, erlebt man! Bleib! Ist er tot? Was machen denn? Der Guck liegt hier direkt vor der Hausweil rum! Oh! 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 Der rastet voll aus! Rastet nicht so aus, du Scheiße! Oh! 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 So I'm sick of you shit! Heheheh! Hau! Oh! wird es langweilig gewesen nach dem nachdenken und nur und ich bin bis zum untergeschlittert ich komme ja auch nicht mehr rein ich habe stürzt was ich will alle zurück weil er mir den zombie zerstört und dadurch stattfalle freigesetzt was er hat durch seinen kopf durch er an die ich wusste gar nicht dass ich gar kein wort aus dem spiel was da und so dummes tuchern apropos tuch ich habe kein Wort er ich wusste das wusste ich gar nicht er er ist ja mal gar nicht umändern ja wieder aussieht er hat er hat gut er hat es ist wir wollen wo er wird Aua Aua ich stecke der Falle ich sterbe 2 aber auch 10 Minuten vorher irgendjemand hat so eine Doppelfalle an die Wand von dem Haus gemacht und ich bin rückwärts gelaufen rein und hab sofort geblutet wer war das? was? was? hirn oh what Leon du sagst dein Schicksal sag nicht schreck in mein Haus legen da soll ich den Abrob holen und Jukka Aua aaa warte mal ist das da oh 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 shit scheiße nein Nein uh Alter die Klappe wow wow heilige Scheiß sieht das geil aus das Ding ha 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 aah Aaaaaaah! Au! Ich habe mir die Beine fast gebrochen. Die ist durch den Boden gepackt, die ist nicht mal zerbrochen, die ist einfach weg. Ja, scheiße. Warum hast du glücklich? Ja, Gott. Da glitzt am Boden vorbei. Hast du das gesehen, Maru? Ja, Mann! Hey, Leute, wir müssen wieder 30 Mechanical-Ports sammeln. Das ist ein alter Quer, Leon. Leon ist quer. Oh mein Gott, du. Setz mal dein Schlafsack bitte neu hin. Ich habe in dir hier hingewor... Andi! Wo bist du? Dein Schlafsack ist weg. Hey, wo bist du? Andi sucht mich immer. Ja, bist du. Ich habe deinen Schlafsack verloren, ich mache dir 9. Oh Mann, ey. Tumme Schlafsäcke. Ich komme nicht. Leon, bist du da drin? Geh mal weg. 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 Leon! Jetzt. Okay. Oh, könnt ihr nicht die Türen zu machen? Jukas Seed brauchen wir nicht. Ist das fertig, Jukas? Aber Goldenrod zum Chrysanthemum brauche ich. Andi, wo bist du? Ja, ich mache gerade die Türen wieder zu. Es geht mir voll auf den Sack, wenn die im Haufen sind. Bei mir ist genau das Gegenteil. Mir geht es voll auf den Sack, wenn die zu sind. Dann mache ich alle immer auf. Dann will ich wieder schnell durchgehen. Hahaha. 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 Weicht das alles, was der Hane wächst? Das ist gutes Zeug. Das da ist Cotton. Und das da drüben ist Goldrute. 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 Cool. Wo habe ich genießt. Goldrute. Hahaha. 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 Du bist gerade gesprungen bei mir. Hahaha. Oh, zwei Autos. Oh, fuck. LOL. Man kann den Zombie überfahren. Hahaha. Geil. Das ist aber gar nicht mit Absicht. Ja, wir haben ihn einfach überfahren. Ich schnapp mir den nächsten. Nein. Oh, zwei Autos. 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 Lol, Simon. Was? Wir haben den... Wir haben den Zombie, den wir vorhin beide überfahren haben. Hahaha. Ein Zweigenteil. Ja, den... Dem haben wir, äh... Wow. War ich das? Guck mal. Komm mal mit. Guck dir das mal an. Der Zombie... Der Zombie hat weder Arme noch Beine übrig. Wow, der lebt noch. Der lebt noch. Wut? Wie? Der hat mein Bein gebrochen. Der hat mein Bein verstaucht. Dieses Drecksvieh. Guck, was war das? Tschüss, Simon. Teeh. Oh, fuck. Aua. Nein. 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 Ich komm nicht raus. Hahaha. 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 Oh, Simon. Ich hab... Ich hab mit jedem Schlag, hab ich vier Lebenspunkte verloren und weiß wieviel ich noch hab. Vier. Wievier? Vier. Noch ein Treffer und ich wäre tot. Oh, kein Problem. Ähm. Lol. Lol. Lol, Simon. Lol. Was? Das Licht von deinem Helm ist pink. Ich mein, das Licht nicht. Es ist einfach nur ein pinkes Viereck. Das ist kein Licht. Das Viereck ist so groß wie dein... wie dein Helm. Das ist... What the fuck? Sagen wir beides zwei mal falsch. Äh, Simon? Ja? Bist du jetzt ohne... Ohne Minibike zurückgekommen? Ah, ich volltrottel! Ahhhh. Du bist der einzige Mensch, der irgendwo hinfährt und dann wieder heimläuft. Tschüss. Hahaha. Völlig vergessen, dass das Taschenmotorrad ein Licht hat. Oh fuck, da sitzen Zombies vor unserer Bude. Wer kommt da angeschnaufelt heim? Hahaha. Ich bin den ganzen Weg hierher gerannt. Was dann? Gut. Bist du nicht mit dem Motorrad da hingefahren? Ne. Ok. Ich... Oder vielleicht doch? Hahaha. 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 Ich glaube nämlich schon. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Siehst du die Axt da? Da steckt eine Axt in meinem Reifen. Hab sie. Hab sie. Hab sie aufgefangen. Apropos, hier war doch noch irgendwo eine Taschenlampe, die ich würd die gerne haben. Oh, da ist eine Nailgun hier drin, oder? Ja, die ist hier falsch. Ja. Muss zur Waffen. Tschüss. Was suche ich gerade Simon? So suche ich ne Taschenlampe. Ah ja, genau. Hahaha. Das war nicht mal witzig. Man war ganz kurz so verwirrt. Äh, kurzer Anzug von Demenzkrankheit. Äh, äh. Ich hatte doch ne Taschenlampe meiner Hand. Ach, da ist es ja okay. Ich hab's ja okay. Ich hab's ja okay. Ich hab's ja noch ins Bett. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.